Hallo meine lieben Digi-Ritter, herzlich willkommen zu einem weiteren Event-Video zum Frenzy Holy Night Omega Monsword D. Es tut mir wirklich leid, dass das Video erst jetzt kommt, aber die Notizen dafür kamen erst gestern Abend raus, also Dienstagabend kamen die erst raus und dann hatte ich heute Morgen noch eine Prüfung. Das heißt, ich konnte mich gestern Abend nicht mehr drum kümmern, dass es dazu jetzt ein Video dann noch kommt, aber ich finde, das ist einfach nur eine Schweinerei von Game King, dass die das nicht hinkriegen. Letzte Woche quasi, dann wenn das Event startet, am Dienstag die Notizen rauszubringen, sondern eine Woche später erst. Das ist das Schlimmste, was sie bisher je gemacht haben, was Event-Notizen anbetrifft. Nicht was sie generell machen, aber was Event-Notizen anbetrifft, dass die die so lange auf sich warten lassen. Und jetzt haben wir auch inzwischen schon ein neues Pseudo-Event quasi, und zwar Getting Ready for Fall, 50% Limited Sales. Das bedeutet einfach, alles Mögliche aus dem Shop ist um 50% runtergesetzt, beziehungsweise fast alles, außer Sachen, die in den letzten Events dazu kamen. Zum Beispiel Swimming Gear, Mega Digi-Clone Cube, Omegamon Swat, die Packages, Luminous Fullmoon Capsule. Die Skill Digi-Codes sind nicht mit drin, Digi-Aura of Feathers ist nicht mit drin, Elikmon Duftmon ist nicht mit drin. Die ganzen Rider-Items, die jetzt reinkamen, sowas wie Empty Seed, Miracle of Magnum X, sind nicht dabei. Dann Portable Device Tool ist nicht dabei, weil kam ja auch erst vor, ein, zwei oder drei Events, je nachdem. So genau weiß ich das nicht mehr. Dann der neue Tamer-Skill, der reinkam, aber dazu dann auch gleich noch mehr. Und Magnumon X, Duftmon X, die Lootboxen und Rechargeable Energy ist nicht drunter gesetzt. Das auf jeden Fall dazu, dann kommen wir jetzt endlich zum Event selber, beziehungsweise erst gucken wir uns natürlich an, was dann, wie gesagt, alles jetzt beim letzten Event-Update, alles so neu in den Shop kam. Und zwar nämlich einmal, wie schon angesprochen, der neue Tamer-Skill, Enhanced Vigor. Dann, der gibt einem 50% mehr Skill-Damage für eine bestimmte Zeit. Ich weiß nicht, ob das unbedingt irgendwie groß nützlich ist, ich glaube eher nicht, aber haben die zumindest jetzt reingebracht. So, dann kam der Alter-S-Rider-Modus, Will of Sub-Species rein, für 3,80$, beziehungsweise 49 Crown bei GameKing. Das heißt, jeder, der den Alter-S hat, kann das jetzt auch dann nutzen. Dann die ganzen Skill-Digi-Codes kamen wieder rein. Ist auch wieder eine schöne Sache. Digi-Aura of Feathers ist neu reingekommen, zumindest für den Zeitraum des Events. Attack plus 300, Max-HP plus 1300 und natürlich dann der ganz normale Digi-Aura-Effekt, dass man kein Digi-Soul mehr verliert. Und dann haben wir noch natürlich hier die Limited Luminous Full Moon Capsule, die Lootbox, wo man D-Antivirus-B rausbekommen kann, was man für Omnimon Sword-D braucht. Ich finde es, wie gesagt, habe ich schon öfter jetzt gesagt, immer noch eine komplette Schweinerei, dass sie das in eine Lootbox packen. Gut, auf der einen Seite sind Lootboxen in Videospielen die beste Möglichkeit, um große Mengen Geld zu verdienen. Von der wirtschaftlichen Seite her ist das natürlich ein ganz logischer Schritt, das so zu machen. Aber aus Spielersicht hätte ich das natürlich lieber gehabt, dass sie die Antivirus-B direkt in den Shop packen. Ich habe auch schon in diesem Monat 14 Stück von diesen Dingern geholt, habe leider keinen D-Antivirus-B und nicht mal ein Digital Hazard Necklace rausbekommen. Habe nur eine Champions-Wide-Soccer-Uniform rausbekommen, 100 Number-Changestones, welche kompletter Müll sind, 20 Option-Changestones und 50 Super-Amplification-Booster. Und noch vier Hedge-Backups Level 5 habe ich da rausbekommen. Warum müssen die das immer nur so machen? So, dann sind die beiden Omnimon-Sword-Packages drin. Einmal haben wir das Package drin, wo Level 4 bis 5er DGI-Eier drin sind. Und Hedge-Backup Level 5. Und der Rest müsste dasselbe sein wie bei dem normalen Package. Nee, ist sogar nicht. Da haben wir nicht die Daten, die man für die Jogris-Quest quasi braucht. Also Light-Attribut, Data-Attribut und Vaccine-Attribut. Die sind da leider nicht mit dabei. Und hier kriegt man nur ein ganz normales Reinforces DGI-Eck-Argo-One-Black und ein Reinforces DGI-Eck-Argo-One-Black. Und dann noch die Daten, die man dafür dann braucht. Und deswegen kann ich nur sagen, also wenn man sich eins von den beiden Packages holt, dann lohnt sich eigentlich mehr, das Bessere von den beiden zu holen. Kostet zwar dann natürlich deutlich mehr, also hier 19,90 Dollar bzw. 249 Crown ist halt schon eine Hausnummer im Gegensatz zu 99 Crown bzw. 7,90 Dollar. Aber ich finde, das lohnt sich dann schon eher, weil man da, wie gesagt, die besseren Möglichkeiten hat an stärkere Digimon bzw. größere Digimon ranzukommen. Und dann haben wir noch die Limited Mega-Digi-Klon-Boxen bzw. Cubes. Und die sind halt leider nicht Reinforced. Das sind ganz normale Digi-Klone, nur halt in der Mega-Variante. Das heißt, der Wert, den du kriegst, ist nicht der maximale wie bei den Reinforceden, sondern wie bei den Mega-Reinforceden funktioniert das einfach nur 100% zu 100%. Das heißt, du hast keine Chance, dass es fehlschlägt, aber du kriegst halt einen zufälligen Wert, der halt nicht unbedingt dem Maximal, oder in fast allen Fällen nicht dem Maximalwert entspricht. Aber dafür sind sie auch günstiger als die Mega-Reinforceden Digi-Klon-Cubes, weil da kostet einer ja noch, also waren die beim letzten Mal 3,90 Dollar oder 80, je nachdem, und 48 Crown dann entsprechend. Und die hier sind dann, wie gesagt, 12 Crown bzw. 1 Dollar und dann halt natürlich in dem 10er-Pack, wo man noch einen zusätzlich dann dazu kriegt, sind das dann 120 Crown bzw. 10 Dollar hier. Und das müsste es eigentlich aus dem Shop gewesen sein, wenn ich etwas übersehen haben sollte, können wir das ja dann nochmal hier in den Event-Notizen dann sehen. Und jetzt gehen wir in das Event rein und das Erste, was natürlich beim Omega-Monts-Wort-D-Event natürlich zu sagen ist, die haben Omega-Monts-Wort-D reingebracht. Wie gesagt, ich bin nicht sehr erfreut darüber, wie sie es gemacht haben, zumindest im Cash-Shop. Die Quests sind dafür relativ okay, wenn man sich den Guide mal anguckt, aber ich werde die dann auch in den nächsten Tagen dann starten. Ich habe mein, äh, Swort, mein Omnimon-Sword auf Level 100, hab meine Argomon-Black-Variante davon transcendet, weil ich das auf 5 von 5 hatte. Und, ja, also die Alpha-Faktor-Quests bzw. die D-Antivirus-A-Quests werde ich dann auf jeden Fall noch für YouTube dann in den nächsten Tagen dann machen. Je nachdem halt, wie weit ich komme, weil ich, wie gesagt, mich da noch nicht so groß auskenne mit den Quests. So, und natürlich, das wurde eingeführt natürlich, und für Argomon-Black und Gabomon-Black als zweite Jogress quasi, also als Weiterentwicklung von Omnimon-Sword. Es ist ein SSS-Plus-Digimon, also auf demselben Level wie Omnimon-X, nur, dass bestimmte Werte schlechter, also minimal schlechter sind als bei Alpha-Monoruken-X. Also es ist vom, äh, Rang her ein SSS-Plus wie Omnimon-X, aber von der Stärke her Richtung Alpha-Monoruken-X. Aber das wäre für mich jetzt egal, Hauptsache die bringen das mal hoffentlich einfach so in den Shop, dass man sich das holen kann. Aber das weiß man ja bei denen nie. Und vor allem die Luminous Full Moon Capsules, was ich vergessen hatte zu erwähnen, die sind nur während des Events bis zum 24. September verfügbar. Das heißt, danach werden die das entweder in eine neue Lootbox packen müssen, die dann wahrscheinlich permanent im Shop bleibt, oder sie packen das Item direkt in den Shop, was ich natürlich begrüßen würde, wenn sie das machen würden. Aber wir werden sehen, was das nächste Event uns dann bringt. So, Evolution Level 70, Basic Attribut Virus, Element Dark, Family Dark Area, alles soweit so gut, hat F1, F2, F3. Und die F3 ist auf Omnimon-X Level, was den Damage betrifft, also über 100.000, wenn man das ein bisschen geskillt hat. Und, aber ich glaube, die Cooldown ist nicht wie bei Omnimon-X 10 Minuten, sondern nur eine Minute, wenn ich das irgendwo mitbe... Also ich meine, das hat irgendwann mal jemand hier gefragt gehabt, beziehungsweise hat dann jemand drauf geantwortet und hat gemeint, das wäre ungefähr nur eine Minute Cooldown, was für den Damage halt schon ordentlich wäre. Vor allem fände ich das als Ausgleich sehr gut, einfach nur deswegen, weil, wie gesagt, es ist halt nur auf Alpha Mono Rican X Level ungefähr, was die Stärke betrifft. So, wie man sein Digimon zu Omnimons Wort macht, er Omnimons Wort D macht. Ähm, wie gesagt, aktuell aus dieser Kipsel kann man Omnimons Wort D, die D-Antivirus B, rauskriegen, die man für Gabumon braucht. Und für Argumon muss man dann, wie gesagt, die Quests machen. Äh, und dafür muss man Tamer Level 60 sein, Argumon Black muss Level 99 sein. Gabumon Black muss Level 99 oder höher sein. Und Omnimons Wort muss aktiviert sein, muss natürlich bei beiden aktiviert sein, ist ja klar. Und, ja, dann hat man hier die Quests, die man dafür machen muss. Beziehungsweise wo die Quests NPCs sind, die Quests selber werde ich dann ja zeigen, sobald ich dann die, äh, Quests dann auch selber mache. Weil hier steht ja kein Guide quasi dazu, das ist ja nur, wo man denn die NPCs antrifft. So, dann wurde der Uprising Flame Heart Mode hinzugefügt. Tamer Level muss 80 oder höher sein. Und man kann drei von diesen Uprising Flame Heart Passes jeden, äh, drei Stück jeden Tag bei Renamon in die Terminal holen. Dafür muss man, äh, 30 Uprising Flame Items dafür ausgeben. Das sind die, die man in, äh, den File Island Karten gedroppt bekommen kann. Und man kann die Heart Mode Dungeons, äh, durch den NPC Terriamon in die Terminal dann betreten. Wenn man halt, wie gesagt, diese Passes hat. Und, aber gerade bei Uprising Flame weiß ich echt nicht, wie das macht. Also, es gibt Leute, die es ja schon geschafft haben und haben auch, verkaufen auch diese Infernal Gloves und so. Die man dann da rauskriegen kann, aber dazu dann gleich hier noch mehr. Und, die haben hier ein anderes Angriffsmuster und höheren Schaden. Was ich eigentlich nicht verstehen kann, warum die das mit dem höheren Schaden machen. Weil, die haben ja sowieso schon diese One-Shot-Skills teilweise. Also, Phönixmon und Tsukyamon haben ja diese One-Shot-Skills, wenn die dich treffen, bist du tot. Und, da komm ich auch mit, im Easy-Mode-Dungeon mit meinem Alphamon Eureken X nicht durch, wenn ich davon getroffen werde. Also, da haben sie echt sich, keine Ahnung, keine Ahnung, was da bei sich gedacht wurde. Aber dazu muss man ja immer sagen, Game King übernimmt, kopiert das ja nur 1 zu 1. Die kriegen das ja von Move Games, von KDMO. Das ganze Zeug vorgegeben und die kopieren und pasten das quasi nur. So. Dann kann man hier wieder Birdramon, Garudamon, Phönixmon und Tsukyamon Kisten bekommen. Und, da gibt es dann wieder alles mögliche drin. Also, diese ganzen Crystal-Booster sind alle mit dabei. Chipset-Boxen R10 sind dabei. Die AT-Box kann man nur von der Tsukyamon-Box kriegen. Und dann gibt es noch, wie hier, wie gesagt, die Spezial-Items, die man da rauskriegen kann. Tsukyamon Infernal Ornament kann man da rauskriegen. Bei Birdramon Sealed Flame Necklace auf Tsukyamon. Das kann man aber überall aus den Boxen rauskriegen. Dann aus der Garudamon-Box kann man ein Tsukyamon Infernal Cape rauskriegen. Alles natürlich für 30 Tage. Aus Phönixmon kann man Tsukyamon Infernal Gloves kriegen, die ich zum Beispiel habe. Ich war natürlich noch nie in dem Dungeon drin. Also im Hard-Mode-Dungeon. Aber die hat jemand für 45 Terra verkauft. Und da die 330 AT geben, plus dann halt noch alles, was man draufpackt, fand ich die eigentlich jetzt ein ganz gutes Investment. Und bei Tsukyamon kann man ein Tsukyamon Infernal Hooded Shirt kriegen und Infernal Short Pants. Ein Tsukyamon, also nicht ein, sondern die 300 Tsukyamon Seals kann man da natürlich rauskriegen. Und Uprising Infernal Flame Crystal, die man dann für das Craften von dem Spezial-Necklace braucht für Tsukyamon. Da ist es dann genauso wie bei dem Scarwater Crystal. Du brauchst halt diese Crafting-Items. Insgesamt glaube ich, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, 75 Stück von denen, damit du halt das komplett ausgebaute Necklace dafür kriegst. Und 25 von dem Flame-Necklace ist, damit man sich das dann craften kann. Und das ist dann ein 5-Stat-Necklace. Und ja, muss halt jeder selber gucken, wie gut man damit jetzt dann klarkommt. Ob es sich dann groß lohnt, da dann reinzugehen. Das sehen wir dann. Also zumindest vom Equipment her können wir uns das ja auch mal angucken. Zukyamon Infernal Ornament gibt AT plus 100, EXP 200% und hat 2 Sockel. Zukyamon Infernal Cape gibt Skill Damage plus 5%, hat auch 2 Sockel. Skill Damage plus 5% ist jetzt nicht so das beste, würde ich mal sagen. Infernal Hooded Shirt gibt Max HP plus 900 und hat 3 Sockel. Zukyamon Infernal Short Pants geben Max die S plus 1100 und haben 3 Sockel. Und Zukyamon Infernal Gloves, das sind die, die ich mir auch geholt habe. Die habe ich noch nicht ausgerüstet. Das werde ich dann machen, sobald meine Graduation Uniform Gloves, also Handschuhe dann quasi ablaufen. Und die geben mir dann AT plus 330 und dann halt noch die 2 Sockel. So, New Item in NPC Shops, Accelerator. Die Accelerator sind verfügbar in allen Item Shops, also allen NPC Item Shops und natürlich in den Beverage Vending Machines, die man auch überall finden kann auf den Karten. Und ja, die kosten dann 5 M pro Stück. Also teilweise teurer, als wenn man die bei Spielern holt. Aber man hat jetzt auch die Option, die sich dann gegen Ingame-Währungen zu holen, wenn die einem mal ausgehen und muss die sich nicht dann wieder extra erfarmen. So, dann haben wir für den Zeitraum des Events ist Omnimon Sword D gebufft. Quasi alles verdoppelt, bis auf natürlich so wie sagen wie Block Rate, Hit Rate, Critical. Aber HP sind auf 23.340. Natürlich, diese Werte sind immer Level 100, ne, Level 1 auf 100% Größe. Dann 8.000 AT, 606 Defense, 7.200 Digi-Soul. Damage 18.780. Damage vom Skill 2 ist 4.328. Und der Skill 3, wie gesagt, hier 99.019 ist der Base Damage. Jetzt während des Events 198.038. Plus dann halt natürlich noch die Größe drauf. Plus halt dann natürlich immer noch die Clone Level und so drauf. Und ja, aber da muss man, wie gesagt, erstmal drankommen und die Chance, das aus der Lootbox zu kriegen, liegt bei 0,5%. Also wirklich nicht viel. Also man muss ungefähr, wenn ich das jetzt richtig im Kopf ausgerichtet habe, 200 Boxen holen und dann hat man die Chance auf ein so ein Ding, wenn man nach den Wahrscheinlichkeiten geht. Und die sind halt auch nicht gerade günstig, wie gesagt, und deswegen, also vor allem für die Menge, die man dann braucht. Muss aber jeder selber wissen, ob er da Geld in diese Lootboxen reinsteckt. Ich kann das, wie gesagt, nicht empfehlen, beziehungsweise würde ich erstmal gucken, was das nächste Event da sagt, weil wir wissen ja noch nicht, kommt das vielleicht einfach so in den Shop? Oder wenn das dann wieder in die Lootbox kommt, dann hat man zumindest keinen Nachteil, wenn man jetzt kein Geld reinsteckt. So, dann haben wir einen Titel wieder für ihn. Da muss man dann zu Omnimon, hier drüben, also da unten dann hin. Sieht man jetzt bei mir leider nicht, aber das ist natürlich wie immer da. Und wenn man ein 2D hat während des Events, dann kann man sich den Titel holen. Der gibt einem Skill Damage plus 15% und Speed plus 10%. Ich weiß nicht, wofür das nützlich sein soll, aber wer ein 2D hat, sollte auf jeden Fall das nutzen und sich den, zumindest für die Sammlung, dann den Titel holen. So, dann haben wir Executioner, Encountering the Massive Power. Das ist auch bei Omnimon, da können wir uns jeden Tag so eine Summon Card holen. Mit der können wir dann im D-Terminal Underground Summon Square Omnimon Sword D beschwören. Kann ich jetzt leider nicht zeigen, weil ich meine für heute schon benutzt habe. Aber dort kann man dann quasi dann auch einen Einblick dann bekommen, wie Omnimon Sword D hier im Spiel aussieht. Und ich muss sagen, mir gefällt es eigentlich sehr, sehr gut, wie es aussieht. Aber sie müssten es halt noch einfach so in den Shop reinbringen, damit jeder sich das dann holen kann. So, und da kann man dann wieder eine Box gedroppt bekommen, wie bei so vielen Events vorher auch. Und da kann man dann rauskriegen, 10 Special Chicken Combos, eine Random Buff Box plus 50%, eine New B.C.L.O. Soko Uniform Box für einen Tag, ein Hatchback Up Level 4 oder eine Mysterious X-Antibody Box. Und ich habe bisher nur eine New B.C.L.O. Soko Uniform Box für einen Tag bekommen. Random Buff Box plus 50% und ansonsten nur Special Chicken Combos. Also von den unteren habe ich bisher gar keins gesehen. Aber das ist halt dann Glückssache. So, dann haben wir noch die Do You Mean School Uniforms Are Breathing, das Event. Da haben wir dann so verschiedene Quests, wo man dann auch wieder Items kriegen kann. Aber da werde ich jetzt nicht mehr, glaube ich, drauf eingehen, weil es macht jetzt keinen großen Sinn mehr. Also da werden, wer gucken will, wo man was machen muss, der kann sich das dann auch selber durchlesen. Gehe ich mal davon aus und kann halt gucken, ob es sich lohnt noch für irgendwas davon. Aber wie gesagt, wenn man jetzt noch nicht, besonders bei sowas hier, wo man 13 Coins dann braucht für Level 5er Mysterious Mercenary Digi-Hacks, dann braucht man jetzt dann auch nicht mehr damit groß anfangen, weil das Event ist ja quasi schon über die Hälfte vorüber. Also man hat dann keine Chance jetzt mehr damit anzufangen. Danke dafür natürlich GameKing, dass ihr die Notizen nicht rechtzeitig rauspacken könnt. Ja, dann gibt es hier wie gesagt so diese Klaas-NPCs, Thomas Norstein, Sora und da kann man dann, wie gesagt, dann noch Quests machen und dann kann man dann irgendwas hier davon noch rauskriegen. Aber wie gesagt, muss jeder selber gucken. So, dann gibt es wieder irgendwelche Raid-Bosse, die zu bestimmten Uhrzeiten dann spawnen und da kann man dann auch wieder je nachdem, was man aus dieser Box, die man da gedroppt bekommt, dann rauskriegen. Dann kriegen dann eben auch die entsprechenden Sachen rauskriegen, zum Beispiel Low-Class-Data-Box, Double-Chicken-Combo, Rare-Coin, Hatchback-Up-Level-4 und Random-Reinforced-Digi-Clone-Box. Kann man da alles mögliche rauskriegen. So, dann hat man auch wieder... Was ist das? Base of Disruptors? Ah, zu einer bestimmten Uhrzeit kann man dann in Base of Disruptors, das ist anscheinend ein Event-Map und da kann also durch hier Principal Whitebearded Guru kann man dorthin Und dann bekommt man dann Disruptor-Drop-Coins gedroppt Und mit 100 von denen kann man eine Yoshima's Repaying Gift bekommen Und hier sieht man dann auch Level 1 bis 3, also die Digimon, die dort sind, die droppen 6 Stück von diesen Coins, 4 bis 7 droppen 10 und 8 bis 10 14 von diesen Disruptor-Drop-Coins Und da kann man dann Random irgendwas von denen rauskriegen Hier zum Beispiel Double-Chicken-Kombos 30 Stück, Rare-Coin 5 Stück Random mit Class-Data-Box 10 Stück, Backup-Disc 10 Stück Eine Growth-Brute und sogar Ein Gehenna kann man da rauskriegen Wahrscheinlich ist das dann so mega selten Dass vielleicht einer von 1000 Spielern oder noch mehr Überhaupt eins bekommt So, where are the Disruptor-Minions Da ist wieder die Event-Map Also unsere XP-Map ist wieder da Das heißt, da können wir wieder Wie bei den letzten XP-Event Können wir da wieder Zu bestimmten Uhrzeiten Also 17 bis 19 Uhr Und ich glaube 24 Uhr bis 2 Uhr morgens Unter der Woche Und dann hat man auch noch Noch mal eine Extra-Zeit An Samstag und Sonntag Und ja, da kann man wieder massiv EXP sammeln So ist mein Omnimon Sword Auch auf Level 100 gekommen Und Ja, lohnt sich auf jeden Fall noch mitzunehmen Sind ja noch einige Tage möglich Wo man da Die XP-Map dann nutzen kann Also Da auf jeden Fall dann reingucken Falls ihr noch Sehr gut leveln wollt So, dann haben wir Login Rewards Und da muss ich sagen Sind sie diesmal wieder auf einem Guten Weg Könnten sie eigentlich immer so machen Jeden Tag kriegen wir für Drei Stunden Mysterious Mercenary Digi Level 4 bis 5 Und zwar ein Stück Da hab ich bisher noch nichts Wirklich großartiges rausbekommen Das Beste, was ich rausbekommen Habe Ist ein 5 von 5 Dogimon Gewesen Alles andere war dann eher Sowas wie Gazimon Gomamon Ähm Und Ja, also nichts wirklich Groß Nennenswertes Aber Sind trotzdem Grades Digi-Eier Die man bekommen kann Und das natürlich auch Samstags und Sonntags Der Rest ist eigentlich Nicht wirklich Groß Nennenswert Hat sich glaube ich auch Nichts großartig geändert Vom letzten Event Und Samstags und Sonntags Kann man aber noch Für 4 Stunden Wenn man online ist Eine Digimon Archive Expansion bekommen Also wer sein Archive Noch nicht vollständig Ausgebaut hat Kriegt auf jeden Fall Samstag und Sonntag Beziehungsweise Hier in Deutschland Ist es ja dann Freitag nach 17 Uhr Bis Samstag 17 Uhr Kriegt man eins Und Samstag 17 Uhr Bis Sonntag 17 Uhr Kriegt man auch eins Wenn man halt Wie gesagt Die 4 Stunden Dann online ist Man kann ja auch Sein Rechner Dann einfach anlassen Und ansonsten Kriegt man für die 4 Stunden Auch noch Dann eine Random Tamer Skillbox Für einen Tag Und eine Random Costume Box Einen Tag Also die Archive Expansions Und die Mysterious Mercenary Digi-Ex Lohnen sich auf jeden Fall Mitzunehmen Wenn man die Möglichkeit Auch eine Growth Fruit Haben zu wollen Und deswegen finde ich es Einfach nur richtig Bescheuert Von denen Dass sie das Nicht hinkriegen Rechtzeitig Rauszuhauen Dann Will of Subspecies Ist jetzt permanent Also das Rider Modus für Omnimon Alter S Ist jetzt permanent Im Shop drin Die Mega Digi-Clone Cubes Sind drin Digi-Aura Feather Ist drin Tamer Skill Ist drin Oh Stimmt Die Swimming Gear Da bin ich Gar nicht drauf eingegangen Die habe ich Völlig Jetzt außer Acht gelassen Ähm Da kann man sich jetzt so Kostümsachen holen Einmal hier Die Swimming Gear Goggles Für 30 Tage Die Live West Also Ähm Rettungsweste Heißt das glaube ich Swimming Gear Swimsuit Und die geben halt Einem auch nochmal Eigentlich ganz gute Stats Besonders Viel AT geben die Also Die könnte man auch Dann noch Auf jeden Fall Empfehlen Mitzunehmen Ähm Genau Der Kopf Gibt AT plus 50 EXP plus 200 Zwei Attribut Slots Geben 100% Das ist der einzige Nachteil Also die geben halt Nur 100% Der Sachen die man Drauf packt Dafür geben die halt Auch Aber Ansonsten Stats Also AT plus 50 XP plus 200 Bei den Goggles Dann die Tube Gibt einem Ähm AT plus 100 XP plus 200% Die Die Live West Gibt Skill Damage Plus 10% Max HP Plus 700 Die Also der Swimsuit Gibt AT plus 200 Digisol Plus 1200 Die Water Pistol Gibt einem AT plus 300 Max HP plus 700 Und die Flippers Also die Schuhe Quasi Gibt einem Movement Speed Plus 30% Friendship Auf Digimon Oder Digisol Heißt das Ne Ähm Aber nur Digimon Friendship Plus 30 Und Defense Plus 200 Aber wie gesagt Die geben nur 100% Der Attribute Die man draufpackt Ähm Wenn man sich das mal Anguckt Zum Beispiel Bei der Graduation Uniform Die gibt Zum Beispiel Die Äh Hosen Geben einem 120% Die Handschuhe Geben einem 150% Also Wie gesagt Muss jeder selber Wissen Ob er Da rein investieren Möchte Oder nicht Dann natürlich Sind noch die Skill Digi Codes Und damit sind wir Dann mit dem Event Dann auch Durch Ihr könnt ja mal Gerne in die Kommentare Wie immer schreiben Was ihr denn Von dem Event Haltet Was ihr ja vor allem Davon haltet Wie Game King Vor allem in dem Event Und ich glaube Das war auch beim Letzten Event Wo die wirklich Ewig gebraucht Haben Bis die Notizen Rausgehauen haben Aber da war es Noch Weniger schlimm Weil die Am Freitag Waren die Also Dienstag Ist ja immer die Wartung Dann war es am Freitag Kam es raus Es war auch schon Eine Schweinerei Dass sie das Dann erst raushauen Und jetzt kam es Erst eine Woche Später Und dann nicht mal Direkt nach dem Nach der Wartung Sondern erst abends Die Wartungen Sind ja immer Vormittags So meistens Bis 10 oder 11 Und die kamen Und die kamen Erst irgendwann Abends Rein Also die Event Notizen Und das ist dann Vor allem eine Woche später Und dann noch Mit noch mehr Verspätung Also das ist Wirklich ganz schlimm Was Game King Hier betreibt Vor allem für so Leute Wie mich Die da drüber Halt Videos Machen wollen Aber ich hoffe Es hat euch dann Trotzdem noch Irgendwie gefallen Wenn ja Zeigt das gerne Durch einen Daumen Nach oben Abonnieren Nicht vergessen Wenn ihr zum ersten Mal dabei seid Gerne auch Die Glocke aktivieren Ihr wisst ja YouTube und so Und dann würde ich Sagen wir uns Dann beim nächsten Mal Wieder Haut rein Ciao Ciao